Star Wars Jedi Fallen Order 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 Wir wollen ja weiterkommen, irgendwie. Wäre schon cool, wenn ich das herausfinden würde. Aber das werde ich dann wahrscheinlich alleine machen. Vielleicht kommt ja noch irgendeine Fähigkeit dazu. Ich habe keine Ahnung. So, komm mal her. Ein Dringling, unter uns! Ordentlicher Treffer. Nichts da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da, setz dich nochmal hin und meditiere. Schlimm. Schlimm, wie ich jetzt spiele. Aber es ist scheiße, wenn ich ihn an mich heranziehe auf der Treppe. Der Eindringling ist da unten. Du musst aufhören. Da schaut's, das meine ich halt. Jetzt, das funktioniert sehr gut. Hast du Angst? Nein, aber du hast Angst. So. Und die Abkürzung haben wir ja auch. Freigeschalten. Dankeschön. Das heißt, wir können hier gleich weitergehen. Darauf, oder was? War man da drinnen schon? Da haben wir uns durchgekämpft, oder? Ich glaub, ich glaub schon, oder? Ja, ja. Von da oben bin ich runtergesprungen. Genau, ja, ja. Ich kann mich erinnern. Passt. Gott sei Dank habe ich das jetzt gefunden. Die Abkürzung hier. So, und hier geht's weiter. Da steht einer. Mit dem sprechen wir später. Ah, was ist das? Neue Lichtschwerthülse erhalten. Upgrades gibt's anscheinend keine mehr. Gut, wir ändern die Farbe wieder auf grün. Den Rest lassen wir mal so. Was weiß ich, wenn wir da nach vorne gehen? Einfach weitergehen, alles ist gut. Oh! Wie ein kleiner Hund. Da kann ich rauf. Wo komm ich denn da hin? Da kann ich durch? Nein. Durch nicht, aber ich kann rauf. Gut. Schauen wir uns mal da oben um. Ja! Ich hab's gefunden! Eins von beiden steigt jetzt. Maximales Leben erhöht. Hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Ah, ich hab's gefunden. Oh, ist das geil. Geheimnis entdeckt. Super! Super! Cool! Geil! Das freut mich. Schaut euch meinen Lebensbalken unten links an. Super! Cool! Na gut. Somit haben wir das auch entdeckt. Ja, jetzt tue ich jetzt nicht nochmal da wechseln die Farbe. Kann ich mich da festhalten? Ich kann's probieren. Nein. Das geht nicht. Gut. Ja, runter geht's auch nicht. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Ist da was versteckt? Nein. Okay. So, dann rauf mit dir. Und wir reden einmal mit ihm, würde ich sagen. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte, hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht. Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die? Ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Ich rede nochmal mit ihm. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Gib auf dich acht, Reisender. Ja, werde ich machen. Und tschüss. Okay, Doppelsprung. Das geht sich aus. Perfekt. Was? Oh. Er wird vor uns untergehen. Brüder, helf mir! Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Erledigt den Eindringling! Hilfst du mir mal, Piddy? Ich werde meine Brüder rächen. Ja, räche, was immer du willst. Lass mich ganz kurz. Sehr gut, okay. Räche, wenn immer du willst. Der Kletter war, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Na dann rutsch mal die wieder. Und hopp! Und hopp! Jawoll! Uuuuh! Der wird etwas schmaler hier. Und hopp! Sehr gut. Puh! Wie haben wir das geschafft? Ja. Das ist echt eine gute Frage. Mit dir erlebt man was. Mit dir erlebt man was. So. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Okay, gut. Wir müssen irgendetwas finden. Wo wir dann diese errauschenen Felswände auch hinaufklettern können. Hier geht es nirgends doof. Kann ich mich da festhalten? Jupp, das geht. Und dein Speicherpunkt. Sehr nice. Ist da irgendwo was? Nein, 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 nein. Warte noch ganz kurz, bevor du da durchgehst. Setz dich mal da hin. Chill einmal eine Runde. Das speichern wir hier. Da geht es nämlich nach links und nach rechts. Alle Gegner sind gerespawned. Schauen wir ganz kurz mal darauf. Das sind Spinnen. Okay. Und wir haben wieder einen Punkt erhalten. Sehr nice. So, ist das auch wieder eine Abkürzung? Kann ich die aufmachen, die Tür? Diese Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Gut. So soll es sein. So steht es geschrieben. Hier geht es nirgends noch mehr weiter. Hier können wir auch nichts kaputt machen oder sowas. Hier kann ich mich nicht durchzwängen. Gut. Gut, von da sind wir ja kommen. Und das heißt, wir können nur hier entlang. Was für ein intelligenter Bursche ich bin. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein. Er hatte Recht mit dir. Wer? Was? Jedi. Es sind Diebe und dreckige Lügner. Und bringen nichts als den Tod. Pass hier auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Sie bekommen ihre Rache. Na, dann kommen wir leer. Na, die halten eh nix aus. Ja, ja, scannen sie. Natürlich. Immer schön brav scannen. Alles, was da herumliegt. Alles scannen, was du willst. Hauptsache ich kriege Erfahrungspunkte. Okay, was kann das? Darauf komme ich ja nicht, wo sie gestanden ist. Nein. Okay, dann kann ich nur da entlang. Okay. Okay. Ah, aufmachen. Noch mehr und heute. Meine Güte, wie aggressiv die sind. Ich glaube aber, oben ist nix, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Da unten wird wahrscheinlich auch nix sein. Gut, gehen wir weiter da. Verlasse diesen Ort. Nein, ich verlasse diesen Ort nicht. Nämlich, ich bin ehrlich gesagt ein ziemlich guter. Für meinen Stimpf, bitte. Dankeschön für den Stimpf, bitte. Echos haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Da geht's weiter. Da irgendwas versteckt. Nö, gut. Dann gehen wir gleich weiter. Und reingesprungen. Meine Güte, wie aggressiv die sind. Gut, da geht's weiter rauf. Ist da irgendwas? Da geht's... Ah, da oben steht noch einer. Hallo, kommst du runter? Nein, gut. Den kann man nicht regern. So, was bringt mir das? Ah. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Aber ich hab sie ja gar nicht getötet. Und Steam, bitte. Danke. Und jetzt holen wir uns die Spinne. Und weg. Weg. Weg von der Spinne. Gut. Sollte passen. Dann gehen wir weiter. Wie schafft es, diese Schwester der Nacht uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt Zehn? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir das nicht. Flieg nur. Wir sollten ins Lager zurückkehren. Es sind zu viele Leidings unterwegs. So und wie uns einen Unterschlug. Wer redet da? Oh, da, 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 da ist, glaube ich, eine Abkürzung. Nein. Das hier ist eine Abkürzung. Aha. Aha. Aha, 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 aha. Moment. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das sind die zwei Spinnen jetzt. Nein, sind sie nicht mehr da? Auf jeden Fall mal hier aufmachen. Willst du mal reinsehen? Zeig mal, was du gefunden hast. Eine neue Hülse hat er gefunden. Sehr gut. So, dann gehen wir uns mal kurz hier hinsetzen. Somit haben wir mal die Abkürzung schon mal freigeschalten. Das ist super. Kommen wir schneller voran. Die Hälfte haben wir auch wieder fast von den Fertigkeitspunkten. Ah, jetzt sind die Spinnen wieder da. So, Nummer eins. Na, komm. Ja, spuck nur. Ja, spuck nur. Gekommen, geh weg. Das ist nur runter zur Abkürzung, oder? Sonst gibt's da eh nix. Gut. Dann gehen wir wieder rauf. Kann ich das jetzt jederzeit runterschicken? Also hin und her fahren halt, meine ich. Das funktioniert jetzt, oder? Wenn ich jetzt sterbe, kann ich mit dem wieder rauf fahren. Ich schätze mal, mit dem da kann man das betätigen, oder? Ich probiere das mal. Interagieren, ja. Kann ich. Ja, es kommt wieder rauf. Sehr gut. Ich wollte nur sicher gehen. So, da können wir jetzt eh nicht lang. Dafür haben wir noch immer nicht die Ausrüstung. Da hinten sind sie. Du bist was scannen. Natürlich, scann nur. Scann von mir aus den ganzen Planeten und schenk mir drei Punkte. Brüder der Nachtdrohnen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Da, stürmen wir gleich rein. Hallo, grüß euch. Vorrücken. Ich sitze fest. Ich steck fest. Nein, ich steck fest. Ich komm nicht raus. Jetzt. Du bist nicht gewinnen, Fremder. Fremder? So, Nummer eins. Ein Steam bitte. Anvisieren. Noch mehr. Bruder, nein! Ich mach dich fertig. Nein, ich mach dich fertig. Und zwar jetzt. Weg mit dir. So. Jetzt haben wir über die Hälfte. Okay. Okay. Gut, da können wir lang gehen. Da wahrscheinlich nicht. Ah, hallo. Oh. Gut. Ach, geh, komm jetzt. Weg. Nein, nein, bleib da. Schieß auf mich, komm. Hallo. Hallo. Ein schwacher Schlag. Das geht nicht. Alter. Ist ja schwach. Dankeschön. Oh, da ist ein Echo. Endlich mal wieder. So. So, der ist weg. Da haben wir das Echo. Kommt der Zweite jetzt auch noch? Oder kann ich das Echo schnell einsammeln? Komm, 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 Kel. Danke. Na los. Verschwindet. Hier wurde jemand gejagt. Los mit den Spielchen. Ich bin doch eh da. Ich bin doch eh da. Wieso schreist du denn immer so? Ich bin doch eh bei dir. Ich vergesse dich doch eh nicht. Alles ist doch gut. Ah, da ist noch einer. Ah, eine Spinne. So, Spinne mal weg. Hinter mir ist, glaube ich, eine Spinne, oder? Ja. Du kannst auch auf mich schießen, wenn du willst. Oder du halt. Na komm, schieß doch. Na, nicht du. Meine Güte, der hat mich jetzt dreimal trufen. Viermal. Nein, werde ich nicht. Ich hoffe es. Verschreien möchte ich es aber nicht. So, was ist jetzt mit dir? Oh, Alter. Ja gut, dann bleib halt da stehen. Ich schau mich da hinten kurz um. Da, vielleicht was? Nö. Nix zum Scannen für dich. Hast du mich gefunden, wirklich? Ich bin ganz, ganz stolz auf dich, dass du mich gefunden hast. Immer mein Steam, danke. Mein letzter, leider. Können wir das dann nochmal erhöhen? Dann müssen wir dann nochmal nachschauen. Aber zuerst jetzt einmal auf die Macht gehen. Okay. Ja, ich sehe dich da oben. Du gehst, als hättest du dich angekackt. So, da ist eh nix. Gut. Das heißt, ich muss jetzt raufgehen zu ihm. Alter, wirklich? Das ist ja nicht normal. Naja. Ja, was zum Scannen für dich. Bitte. Oh. Das ist böse. So, wenn ich da jetzt durchgehe. Nein. Ähm. Ah. Ah, rüber. I understand. Gut. Und hier ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Ausruhen. Aber ich glaube, ich werde den Part hier beenden und selber auch aufhören, wieder zum Spielen. Ich muss mich nämlich langsam fertig machen. Schau mal ganz kurz schnell. Ganz kurz schnell. Ja. Na, natürlich. Wie soll es noch anders sein? Wir bleiben in den Ruhemodus. Alles ist gut. Und ich bedanke mich bei euch, wie immer. Ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht... Oder wartet einmal. Wir haben noch ein paar... Ein paar Minuten haben wir noch. Kommt zu mir, Brüder! Das war natürlich Glück. Oh, da. Ah nein, doch nicht. Der Eindrängling ist stärker als wir. Leg die Waffen nieder. Ergeben wir uns. Das hat jetzt nur so für mich so optisch ausgeschaut. Ich habe nur die zwei roten Dinger gesehen. Und ich habe mir gedacht, das ist das Doppellichtschwert von Darth Maul. Dabei ist es nur ein Bogen. Naja, macht ja nichts. So. Ich wollte jetzt nur dir einen Fähigkeitspunkt noch holen. Genau das wollte ich noch tun. Jetzt setzen wir uns wieder hin. Und jetzt schauen wir mal, was wir uns kaufen. Das mit dem... Obwohl... Wir sollten wirklich... Nein, ich lasse das. Ich lasse das jetzt wirklich. Ja, jetzt bleibt er wieder 50 Jahre stehen. So. Darunter einfach. Irgendwo da waren ja Gegner. Die jetzt nicht mehr da sind. Hallo, Gegner. Da waren Spinnen und ich weiß nicht, wie viele von euch... Ah, ihr da hinten kommt. Ja, die hole ich mir trotzdem. Und da drinnen sind ja auch noch die... Schwestern der Nacht. Wartet, wie viel fehlt mir jetzt noch für einen... Weg mit dir. Wie viel fehlt mir? Ja, es geht. Moment. Vier Minuten. Drei Minuten. Aber der Weg halt hin und her ist halt ziemlich zart. Ja, komm jetzt. Brüder, kämpft an meiner Seite. Borg. Ich wollte ihn runterstoßen. Und das hat nicht funktioniert. Na, das ist zu wenig. Es ist zu wenig. Das schaffe ich leider nicht. Sonst hätte ich mir die drei Punkte jetzt noch schnell geholt. Ich stelle mich daher. Vielleicht können dann beide auf mich feuern. Der linke soll auf mich feuern. Zum rechten komme ich eh. Das gibt es doch nicht. Jetzt. Brüder, helft mir! Na komm, schieß doch. Komm, Brüder! Was macht er da vor mir? Meine Schläge werden dich finden. Meine Schläge werden dich finden. Hm. Ja gut, dann scheiße ich auf den. So, runter. Und rauf. Eine Chance gebe ich dir noch. Hey! Der ist neu. Der ist neu. Hallo. Hallo. Wie schaffst du das? Ja gut, dann nicht. So. Aber fast. Nicht viel. Und wir hätten die drei Punkte. Wir ruhen uns aus. Und ja gut. Im nächsten Part geht es hier weiter. Und ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich für euch fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Ich bedanke mich aus,ram. Ich bedanke mich, um mit einer Jake 기tic.